Ein Volkswagen Golf steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 143.000 Kilometern. Die Erstanmeldung bei Ende 2011. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017